Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Mein Name ist die Außen-Kypto-Café. Ich bin euer Kryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, heute habe ich was Schönes für euch vorbereitet und zwar, das ist meine ganz persönliche Einschätzung für den gesamten Kryptomarkt und wie wir in 2023, vielleicht drittes, viertes Quartal 2023 hinein, wenn der Bullenmarkt wieder anfangen sollte, vielleicht auch Anfang 2024, das weiß niemand an der Stelle. und entsprechend, ja, was ich zu den ganzen Chains, zu den ganzen Projekten, die Entwicklung, die aktuell stattfindet, was ich dahinter sehe und wie die Entwicklung theoretisch aussehen könnte. Wie gesagt, das ist alles nur meine ganz persönliche Einschätzung. Ja, ich bin auch in den einen oder anderen Chains viel, viel weniger drin als in den, dort, wo ich selbst unterwegs bin. Das heißt typischerweise sowas wie Cardano oder Cosmos, Polkadot und sonst was. Ja, da bin ich nicht so tief drin, das heißt, da kann ich nur oberflächlich mal einen Eindruck dazu geben. Also, der insgesamt, der aktuelle Markt, das weiß ja jeder, der drin ist, egal ob das Aktien oder Immobilien, sonst was und vor allem die ganzen Risk-of-Assets, ja, das heißt, ne, Risk-on-Assets, das heißt, Krypto gehört auch zu den Risk-on-Assets, die haben natürlich alle gelitten aktuell, die werden stark unter Druck, weil einfach, sag ich mal, kein viel, kein Kapital oder Investmentkapital dort hineingeht zum aktuellen Zeitpunkt. Und das Ganze, solange natürlich die Zinsen sehr hoch sind, da wird es auch so bleiben, meine Meinung, und frühestens, ja, das ist auch meine persönliche Einschätzung, wird diese ganze Lage sich entspannen, wie gesagt, im dritten oder vierten Quartal von 2023 erst. Das heißt, bis dahin können wir davon ausgehen, ja, dass wir keinen großen Rallye sehen werden. Die Rallye, die wir bekommen werden, werden vielleicht kleineren Rallyes sein, aber nicht nachhaltig. Und, ähm, wir haben in der Zeit natürlich trotzdem Liquidität in dem gesamten Markt, ja, und diese Liquidität wird natürlich, ne, immer zwischen den Chains hin und her, ähm, pendeln, ja, dort, wo eben, da ich ja mal das meiste an Kapital gewonnen werden kann, ja, oder auch Emission stattfindet, aber das wird nicht lange dort haften bleiben. Ja, das heißt, letztendlich, ne, wenn, da ich mal solche Projekte kurzfristig, ähm, was, äh, herausgeben an Rendite, wird das Kapital dorthin wandern, aber dann danach, das kann man sich so wie so ein Magnet vorstellen, ja, wieder alles zurück zu der Zentrale und die zentralen Punkte sind an der Stelle immer noch Ethereum, Bitcoin und, ähm, na, BNB, vielleicht, ne, könnte man noch dazu zählen. Und, ähm, eine neutrale Bewertung an der Stelle von kleineren Projekten, vor allem, ne, ich rede mal von allen Chains, die im Bereich ein paar zig Millionen sind, ja, ja, auch Cardano gehört dazu, ja, ja, ich meine, auch Cardano selbst ist natürlich größer, aber die TVL von Cardano ist halt nur zweistellige Millionen und da irgendwelche Projekte zu beurteilen oder die Entwicklung zu beurteilen, ist eben sehr, sehr schwierig. Deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Und das Ganze, warum mache ich das, ja, das ist einerseits natürlich auch für mich selbst, ne, eine gewisse, äh, im Rückspiegel, wenn ich später mal zurückbetrachte, inwiefern ich das richtig einschätzen konnte, ja, aber zweitens, ne, auch für euch praktisch, wie gesagt, ist keine Finanzberatung, ja, sondern ich zeige euch nur, wie ich, ne, vorgehe, wie mein Denkvorgang ist, ja, und mein entsprechender Investmentprozess, das heißt, ne, mit meiner Annahme, die ich aktuell habe, ja, und mit den Kenntnissen, die ich im Markt habe, baue ich gewisse, ne, Planungen und Szenarien auf, ja, die theoretisch so aufgehen könnten, vielleicht nicht eins zu eins, aber so, ne, in der Tendenz und dahingehend passe ich dann auch mein Portfolio an, ja, ja, und das seht ihr auch hier rechts oben, äh, rechts, das passt zum aktuellen, etwa mein Portfolio, das heißt, ich habe ca. 80% den BTC East drin, das sind die zwei ganz großen, ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die bis in den nächsten Bullmark hinein laufen werden, ja, ich habe einen ganz kleinen Teil Matic, ja, tatsächlich 5% und ich habe auf der Seite noch 15% Stable, ja, das ist wie gesagt nur das, was Krypto angeht, und, ne, das ist ganz wichtig für euch an der Stelle, ja, ich habe auch einen ganz anderen Risiko, ja, Aversion, das heißt, wie viel ich Risiko mag, ich mag das gar nicht, ja, sondern mache ich auch kein Trading, ich mache nichts mit Hebel, ja, da halte ich ganz großen Abstand von und deswegen, ne, auch für euch, wenn ihr investieren wollt, bitte für euch eigenen Gedanken machen und eigene Pläne da erstellen und vor allem nicht einfach irgendwelchen Coin-Empfehlungen, ich habe das letztes Jahr auch gemacht im Bullmark, klar, ja, aber, ähm, das werde ich definitiv in Zukunft vermeiden und, äh, legen wir los, die Trends, ja, ah, Mist, die Trends und die Entwicklungen, das sind sozusagen, ne, nicht nur auf eine Chain bezogen, sondern, äh, insgesamt im gesamten DeFi-Entwicklung, ja, und, äh, über alle Chains, ne, die es hier gibt und das oberste ist natürlich diese ganzen Liquid-Staking-Lösungen, ja, die werden immer breiter, ja, und, äh, und, äh, vor allem, ne, auch ausgeklügelter in dem Sinne, dass man nicht nur einfach die Token hineinstake, sondern, dass man auch immer mehr, das ist ja letztendlich der Hintergrund, ja, nicht nur, dass man praktisch den Token, wenn man den gestaked hat, ne, auch weiterverwenden kann oder auch wieder rauskommen kann, ja, sondern, dass man tatsächlich mit dem, was man praktisch an Kapital zurückgelegt hat und auch weiter anderen Sachen machen kann, ja, ja, also höhere Kapitaleffizienz erreichen. Das ist auf jeden Fall eines der großen Themen, die in den Bullmark hineinlaufen werden. Das Zweite ist natürlich ganz klar, ja, sehen wir jetzt, äh, mit GMX und Gains, äh, ganz an der Spitze, Cashflow-Apps, ja, ja, das heißt, äh, Apps, die, außer, ne, diese selbst eigene Emission von Token, darüber hinaus, aber viel, viel Cashflow erzeugen, ja, für die Leute, die Geld dort hinterlegen, nämlich, äh, in der Regel, ja, viele gehen in dieses Casino-Modell hinein, das heißt, man stellt als, äh, Casino-Betreiber, ja, Liquidität bereit, ja, und die Leute, die gerne im Casino zocken wollen, ja, die haben natürlich an der Stelle ein Risiko und verlieren in der Regel, ähm, auch Geld auf Dauer, ja, und, äh, das, was sie verlieren, na, geht eben hauptsächlich an die Leute, die ansprechen, das, äh, die Mittel zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein Modell, was sehr nachhaltig ist, das heißt, solange Leute bereit sind, Risiko einzugehen und zu zocken, ja, ja, mit der Aussicht, etwas zu gewinnen, ja, kann man da, sag ich mal, langfristig immer Geld mitmachen, ja, und, ähm, das ist natürlich auch, ähm, im Gegensatz zu Emissionsmodell, was wir, ne, im Bullenmarkt ganz oft haben, ja, ein Modell, was auch im Bullenmarkt gut funktionieren kann, ja, weil natürlich zusätzlich, ne, wir haben ja aktuell, sondern auch bei GMX zusätzlich, ähm, diese Token-Inzentivierung drin und bei Gains auch, ja, das heißt, da wird natürlich, wenn wir in den Bullenmarkt hineingehen, wird der Anteil, ne, der emissionierte Token, was die Rendite ausmacht, natürlich durch den gesteigerten Wert auch höher ausfallen, ne, ne, praktisch diese Basis ist immer da, ja, was im Bullenmarkt auch wirkt, aber das, was on top kommt, ne, durch diese Emission, ja, wird natürlich im Bullenmarkt auch besser laufen. Wir haben, äh, konzentrierte Liquidität, das ist letztes Jahr durch Uniswap natürlich losgetreten worden, mittlerweile haben wir schon mehrere, ähm, Open-Source-Implementationen, die 1 zu 1 sind, ja, wie Uniswap. Uniswap ist immer noch nach einem Lizenzmodell, aber ich gehe davon aus, dass es viel, viel verbreiterter sein wird, ja, viele Modell, ähm, andere Projekte bauen da drauf, auf diese konzentrierte Liquidität und, ähm, teilweise wird es mittlerweile auch so weit abstrahiert, dass es für den End-User, ja, wie wir, gar nicht mehr sichtbar ist, dass dahinter, ne, eine konzentrierte Liquidität steckt und ich denke, allein aus dem Prinzip, dass es praktisch, ne, mit viel, viel weniger Kapital, viel, viel höherer Tiefe und, ähm, besseren Swapping-Ergebnisse erzielen kann, ist das praktisch, ne, die Richtung, wohin alles sich entwickeln wird, ja, das, äh, ich bin relativ, äh, davon überzeugt, dass man auch große Projekte wie Pancake eines Tages, ne, ohne dass man da wirklich sieht, ja, zusätzlich solchen konzentrierte Liquiditätspool anbieten wird, ja, weil Pancake ist natürlich, ne, auf Einfachheit ausgebaut und, äh, dass man einfach nur noch Geld reinstecken kann und muss, ja, dass man selber sich noch nicht mal um die Ranges kümmern kann und dass praktisch, äh, die Smart Contract im Hintergrund automatisch, ne, das mit der konzentrierte Liquidität arbeiten, weil es gibt absolut keinen Grund, außer, dass es programmiert werden muss, ja, und entsprechend angepasst werden muss, dass es, äh, gemacht wird. Wir haben Derivate-On-Chain, das ist natürlich ein großer Bereich, geht auch ein bisschen in diesen Cashflow-Bereich hinein, aber, ne, ähm, das ist an sich, ähm, finde ich, ist ein getrennter Bereich, wir sehen zum Beispiel auch an DYDX, der ist auch eines der großen Apps, ne, Derivate, das heißt einfach zocken, ja, ob das mit Optionen sind oder mit Hebelprodukten, ähm, und vor allem auch Social Trading, ja, Social Trading geht einfach dort in die Richtung, da hat zum Beispiel D-Hedge und Enzyme, äh, die ersten Schritte gemacht und mittlerweile sind viele neue, äh, äh, schließen auf den Boden, ja, wie zum Beispiel dieser STFX und, ähm, auch, äh, habe ich letztens vorgestellt, noch dieses Nested-Protokoll und, ähm, das ist natürlich, ähm, ja, sag ich mal, im Vergleich praktisch eins zu eins mehr oder weniger abgebildet, was wir in der traditionellen Finanzindustrie haben, ja, aber dieses Social Trading kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele Leute anlocken kann. Und, ähm, wir haben komplexe Strategien und Risikoprodukte, ja, die werden immer mehr entwickelt, das sieht man jetzt auch, zum Beispiel an diese typischen Hebelprodukten, ja, die das vereinfacht haben, ohne Liquidations, ähm, ähm, Risiko, da gibt es zum Beispiel, ne, typische, beim Mycelium oder zum Beispiel auch bei Toros, das sind so, die da drauf aufbauend sind und zum Beispiel auch, ne, zusätzlichen Produkte wie dieses ganzen, äh, Jones und so weiter, ja, die auch bestehende Produkte, die gut funktionieren, aufbauen, also praktisch über das Aggregieren, reines Aggregieren hinaus noch zusätzlichen Funktionen anbieten, also durch den komplexen Produkten, ja, und, ähm, Lending Boring, klar, ja, das ist, ähm, praktisch Basis von allen, ja, ähm, dieses ganze Money Market bei AW und Co, aber, ja, aber auch dort sehen wir mittlerweile viel mehr Innovation, ja, zum Beispiel mit Euler Finance, ja, die haben das losgetreten und, äh, wir haben zusätzlich jetzt die ganzen Stablecoins, die noch in die, ähm, praktisch großen Exchanges oder Money Markets hinein integriert werden und, ähm, dazu zähle ich an der Stelle zum Beispiel auch P2P Lending, ja, ich denke, vor allem, wenn wir in, praktisch, ne, langsam in den Bullenmarkt hineinlaufen, wird es ein großer Bereich sein, weil bei normal zentralisierten, ähm, Money Market kann man halt solchen kleinen Coins, ja, nicht anbieten, ja, oder aufnehmen als, äh, Darlehen, aber bei P2P geht es auf jeden Fall, ja, und, äh, das heißt, Vendor Finance ist auch eines der Anbieter und, äh, wir haben einen Bereich, der aktuell kann ich mir sehr gut vorstellen, ne, ne, vor allem mit diesem ganzen Fiasko, FTX, 3AC und so weiter, ziemlich runtergekommen ist, ja, und, ähm, praktisch in der Ecke stehen lassen wird, aber ich denke, in einem Bullenmarkt hinein wird es wieder aufblühen, nämlich diese unterbesichtete Lending, ja, weil das ist eben, ne, ähm, mit den ganzen Leuten aus der traditionellen Finanzindustrie, mit dem Money Market, ähm, nicht Money Market, ähm, mit dem Market Maker, ja, die viel Geld brauchen, ja, und, äh, vor allem, wenn die Zinsen wieder runtergehen sollten, ja, ja, ist es natürlich dann auch günstiger für die, dann hier Geld zu leihen, ähm, und, äh, das heißt, ne, praktisch, dass man mit seinem Ruf haftet, ja, ja, und dann praktisch von euch, wenn ihr Geld zur Verfügung bereitstellt, ausleitet. Und Reward Assets, ja, das, ähm, könnte, wenn es, sag ich mal, zeitlich dahin kommt, ja, was die Entwicklung angeht, sehr gut vorankommen, aktuell ist es noch sehr, sehr, sehr weit am Anfang, ja, wir haben bei MakerDAO zumal, ne, ne, typisch, weil die haben ja schon ein paar hundert Millionen, äh, Assets aus der realen Welt, ja, ja, die die praktisch, ne, als Sicherheit annehmen und inwiefern das dann letztendlich durchsickert zu den kleineren Protokollen, dass man da, wir haben zumal Housebit oder so, wie das heißt, äh, in den USA, das sind, ne, auch eine mehrere, ein von wenigen Projekten, die bereits anfangen in der realen Welt Assets zu kollateralisieren für bestimmte Sachen. Ja, und als letztes natürlich Stablecoin, ja, Stablecoin wird und, ähm, bleibt immer ein großer, äh, Anker, ja, von dem ganzen DeFi-Welt, egal, ob man da drüber schimpfen mag oder nicht, ja, klar, ne, das ist der Zentralisierungsfaktor dabei, ja, und man will davon wegkommen, ja, komplett, praktisch nicht auf, äh, zentralisierten Stablecoins basierend, aber das wird letztendlich auch den Markt trotzdem antreiben, ja, ob das USDC, BUSD oder USDT ist. So, ähm, kommen wir zu den Sachen, auf die ich bullish bin, ja, so, das erste, ja, ist natürlich Bitcoin, ja, das, ne, kennt jeder und, äh, wir haben auch die großen Namen dahinter, ja, und das ist auch der, wo ich mir am sichersten bin, dass der bestehen bleibt, ja, der wird definitiv nicht am besten performen, aber, ne, der wird bestehen und, äh, das hat mich auch letztens jemand gefragt, ja, wie hoch ich die Chance sehe, dass ich mal in den nächsten Bullenmarkt hinein, vielleicht 23, vielleicht 24, ja, vielleicht nach dem halbigen erst, ähm, dass er sein All-Time-High wieder erreichen wird und da ist meine Einschätzung nach ca. 80%, ja, dass wir wieder auf die 60, 65.000 kommen werden bis dahin, aber langfristig sehe ich die Chancen sehr gut, ja, da ich mal, solange wir kein Black Swan Event sehen werden, ähm, dass er wieder zu, in Richtung 100.000 sich bewegen wird, ja, diese 1.000.000, die, ne, die Cathie Wood an der Stelle in den Raum gestellt wird, da gehe ich nicht von aus, ja, dass wir den erreichen werden, zumindest, ne, in diesem Jahrzehnt, aber gut, das ist meine Meinung, äh, wir haben natürlich die Großen, ja, El Salvador, ja, mit seinem Vulkan, ähm, Anleihen, die demnächst kommen sollen, ja, wir haben MicroStrategy, ne, Michael Saylor, der an der Stelle, Grayscale, ich meine, das sind alles Namen, die, die braucht man eigentlich nicht, ja, für Bitcoin, aber die sind nun mal da, ja, und die, die haben gewissen Namen, gewissen Ruf und nun, die präsentieren praktisch diese, ja, diese Überzeugung an Bitcoin, ne, und da werden auch viele, ne, sag ich mal, in den Bullenmarkt hinein mitlaufen und, ins Boot steigen und entsprechend, ne, typischerweise Angebot und Nachfrage, ja, vor allem durch das Halving, wenn das Angebot nochmal reduziert wird, ja, und die, aber die Nachfrage größer wird, dass es gut performen wird. Wir haben im deutschsprachigen Raum natürlich den Blocktrainer mit seinem, ne, komplett, äh, Bitcoin-Kanal, ja, der ist natürlich sehr gut zum Einarbeiten und Einlernen zum Bitcoin. Wir haben, ne, den Rest, Plan B, Rainbow, gut, das sind alle Sachen, das, 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 ja, kann man annehmen oder ignorieren, ist nicht so von Bedeutung, aber die 21 Millionen, ne, ganz klar, das wird auch mal die Verkaufs-, äh, eins der größten Verkaufsargumente bleiben für Bitcoin, dass es fix 21 Millionen sind. So, wir haben ein zweites, ähm, nämlich Ethereum, ja, und L2 und da bin ich auch bullish drauf, genauso wie ja Bitcoin, das ist ja auch entsprechend, deswegen, äh, die zwei in meinem Hauptportfolio, die am meisten Gewichtung haben, äh, und hier zähle ich tatsächlich auch die L2, also praktisch die Roll-Up-Lösung, die aktuell, äh, gibt zu Ethereum, also typischerweise Optimism, Arbitrum, aber auch Polygon, ne, könnte man dazu zählen, und, ähm, aber auch anderen, ne, äh, Roll-Up-Lösungen wie CK, CK, also Zero-Knowledge-Lösungen, die noch am Kommen sind, ja, und natürlich auch spezielle Lösungen wie zum Beispiel Immutable X und auch Starknet, ja, und das Ganze, ne, wenn man das Ganze als Ethereum an der Stelle betrachtet, sehe ich tatsächlich sehr bullish und was den Kurs angeht tatsächlich, ne, also nicht den Bestand, aber den Kurs angeht, sehe ich den bullischer als bei Bitcoin, einfach aus dem Hintergrund des Angebots und Nachfrages, ja, nämlich das Angebot, ne, ist eben sehr, sehr gering bei Ethereum, ja, und, äh, durch dieses Zeiteffekt, ne, je länger das hinausläuft, ja, desto mehr summiert sich eben, ne, dieser, dieser überwiegende, ne, oder der stärkere, die stärkere Nachfrage und dem weniger werdenden Angebot, das sieht man auch an dem Staking, ja, die, ne, mittlerweile schon von 10 auf 15 Millionen hoch sind, ja, und das geht auch davon aus, dass es noch weiter einsteigen wird. Klar, ne, es wird immer Probleme bei Ethereum geben, dafür ist es halt noch nicht ganz fertig, ja, ist, ne, laut, äh, Vitalik zum Beispiel, äh, Ethereum Foundation, vielleicht gerade mal 50 Prozent, was die Entwicklung angeht, ja, und wir haben Probleme bei Ethereum, ne, ne, da will ich gar nicht bestreiten, und das ist es auch, was auch aktuell, äh, mit, äh, hohem Druck dran gearbeitet wird, ne, ne, z.B. das wie Straw und EIP 4844, wenn die, sag ich mal, alles fertig sind, ja, klar, ne, die großen Probleme, es gibt dann trotzdem noch sehr viele andere Sachen, die zu tun sind, äh, so gesehen werden wir da auch noch lange nicht fertig werden, und solange, dass die Entwicklung da ist, ne, wird das Ganze auch gut vorangehen, das ist meine Meinung. Zum Dritten, das ist, äh, Binance, ja, BNB oder BSC, hieß das früher, und da bin ich tatsächlich auch bullisch, ja, ähnlich wie bei Ethereum, aber, ähm, ich bin schon lange dort raus und ich fasse das Teil auch nicht an, ja, das habe ich auch heute Morgen in den Nachrichten gesagt, das ist, muss jeder für sich beurteilen, ne, ne, ich fasse das nicht an, weil für mich das nicht ganz in die, äh, richtige Richtung geht, ja, das ist schon fast, sag ich mal, ähm, wie, wie ein großes Unternehmen, ne, äh, was unter Binance-Kontrolle steht, ja, auch wenn es, sag ich mal, virtuell oder pseudo-dezentralisiert ist mit seinen 25 Validatoren, was sie da haben, ja, ist aber letztendlich praktisch alles durch Binance kontrolliert, mehr oder weniger, und, äh, ich, na, das ist nichts für mich, wo ich hinein investieren will, aber, sag ich mal, wenn ihr nur rein auf Profit oder, ne, Investment und Return und nicht auf den Ethos praktisch von Krypto aus sind, ja, dann sprich nichts dagegen, dort hinein zu investieren, man muss nur wissen, ja, was es ist, wo drin man investiert, ähm, und ich gehe tatsächlich an dieser Stelle aus, ihr seht hier, ne, Anfang 21, ja, das war nämlich auch die Welle, wo ich eingestiegen bin, äh, da haben sie einen ziemlich großen Sprung bei Binance gehabt, nach oben, was die TVL angeht, ja, was dann, 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 dann alles was abgeflacht ist, weil dann natürlich Polygon und Co. und Avalanche und, ne, Phantom und sowas dazu gekommen ist hier alles, ja, hat alles, äh, ziemlich viel weggenommen, ja, aber, es hat sich sehr, sehr gut gehalten jetzt im Bärenmarkt und ich gehe tatsächlich davon aus, wenn der nächste Bärenmarkt da ist, dass es vielleicht sogar noch besser performen wird als hier, warum, ähm, aus dem folgenden Grund, ja, weil Binance seinen kompletten Marktanteil, ja, was diese Exchange angeht, extrem jetzt ausgebaut hatte. Wir haben gesehen in den Statistiken zum Beispiel, dass fast alles, was FTX an Marktanteil hatte, ja, was die Futures und Purps angeht, die komplett an Binance praktisch eins zu eins, ne, weggegangen sind, ja, und durch deren extremen großen, äh, Dominanz in dem gesamten Markt, also praktisch Onboarding und Onramping-Markt, die, sie arbeiten ja auch an eigenen Payment-Lösungen, ja, sowas, ne, wie Kreditkarten, sowas, ne, als Konkurrent zu Paypal oder Visa, Mastercard, wenn das auch noch draußen ist, ja, ich hab da in den News drüber berichtet, kann ich mir sehr gut vorstellen, ne, weil das, die, ich mein, die sind nicht blöd, ja, die wissen, wie man am schnellsten Leute onboardet und Onramp, auch wenn, sag ich mal, jetzt die Anforderungen jetzt ganz andere sind als, ne, vor ein oder zwei Jahren, gehe ich davor aus, dass die an dieser Stelle eben nochmal einen größeren Vorsprung haben könnten, gegenüber allen anderen, ja, und, äh, die sind natürlich auch EVM-kompatibel, das heißt, die können praktisch viele Produkte oder, sag ich mal, innovative Projekte, die auf anderen Chains gut laufen, einfach, ne, das ist der Vorteil von die, weil, dass die Source-Code ganz oft komplett, ne, offen sind und, äh, jeder kann sich einfach nehmen, einfach umeditieren und auf eigenen Chain launchen, ja, und Pancake Venus praktisch alles auch, ne, ne, das ist eine Spezialität von, ähm, Binance Smart Chain, dass da zwei Projekte ganz, ganz weit vorne sind, ja, äh, Pancakes, vor allem mit über 40% Dominanz auf der gesamten Chain und dass da praktisch Binance sehr, sehr nah dran steht und, ne, vieles dadurch gefördert wird und, äh, ja, das alles zusammen, wie gesagt, ne, kann in den nächsten Bullmark hinein, ja, wenn man da, sag ich mal, spekulativ reingehen will, gut, äh, Rendite machen. So, da haben wir die andere Gruppe, das ist, ähm, praktisch Polka.Cosmos, ja, die packe ich mal zusammen hier eine Gruppe, nämlich, ähm, die haben ein ganz anderes Aufbau, ja, was, ähm, was die Apps angeht, ja, und die Chain-Struktur, ne, die haben praktisch eine zentrale, ne, äh, Einheit, wo, ähm, das Ganze läuft, die haben eine zentrale Einheit, ja, und die ganzen Apps praktisch sind, äh, drumherum aufgebaut, ja, also modulares Aufbau nennt sich das, hat Vorteile, ja, gegenüber diesen monolithischen, wie bei Ethereum, ja, Avalanche und so weiter, aber hat auch seine Nachteile, ja, ähm, und bislang, ja, die sind langsam im Kommen, ja, das heißt, ich sehe die so ähnlich wie, zumal kann man sich Polygon 2021, Mitte 2021 ansehen, ja, so die Phasen mäßig, das heißt, die sind noch nicht so weit, ne, sag ich mal, wie die Großen, aber wir haben ja noch Zeit, ne, bis zum nächsten Bullmark und wie, inwiefern die bis dorthin sich weiterentwickelt haben, wir wissen ja auch, Atom 2,0 sollte eigentlich schon bereit sein, aber wurde jetzt, ne, nochmal zur Überholung weiter, ähm, in die Entwicklung gegeben, das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt auch schwer einzuschätzen, ja, wie die sich entwickeln werden, aber, wie gesagt, ne, da ist Entwicklung dahinter und deswegen, ich bleibe da neutral, ich gehe davon aus, dass sie nicht in der Versenkung verschwinden werden. So, ähm, kommen wir zum nächsten, wir haben, ja, die Alt-L1, da bin ich tatsächlich erbärisch drauf, ja, erbärisch heißt in dem Sinne, dass ich, ne, ich gehe nicht davon aus, dass sie komplett in der Versenkung verschwinden werden, aber, dass die eben underperformen werden, ja, sowohl jetzt im Bärenmarkt als auch in den nächsten Bullmark hineinlaufen, warum? Also, wir haben hier typische, äh, Kandidaten, Solana, ja, ich gehe nicht davon aus, dass es verschwindet, aber, ne, es wird sehr klein bleiben, wir haben Phantom, Avalanche, Near und wir haben da auch noch ein paar andere Sachen, ja, wir haben, das Problem ist, in dem letzten Bullmark, da waren deren größten Verkaufsargument, das war ein Vorteil gegenüber, ne, Ethereum ist natürlich deswegen, ne, äh, Alt-L1, eins, dass sie erstens viel schneller sind, ja, und zweitens, ähm, viel, viel günstiger, ja, und die beiden Vorteile, die die haben, ja, fallen jetzt komplett weg, durch die ganzen Roll-Up-Lösungen, ja, wir haben Optimism, wir haben Arbitrum, beides sind sehr, sehr gut, äh, und sehr leicht zum Onboarding, ja, und das wird noch leichter werden in Zukunft, ja, wir haben sehr, sehr viele Bridges, ne, im Vergleich zu damals, ich weiß noch, ähm, als ich, ne, Anfang 21 war, da habe ich so ein Sheet gehabt, ja, da waren fünf oder sechs Wege drauf gewesen, wie man überhaupt, ne, zwischen den Chains wechseln konnten, die damals existiert haben, mittlerweile ist das so verbreitet, und natürlich der Emissionsrückgang, das ist ein ganz großer Faktor, ne, ihr wisst ja, zum Beispiel, wenn die ganzen Chains lostreten, ja, haben die natürlich sehr, sehr hohen Emissionen, was den eigenen Token angeht, ja, und die Kurve wird normalerweise immer ganz, ganz flacher, ja, nach ein oder zwei Jahren, und wenn man da, ne, erstmal ausrechnet in 2023, 2024 hinein, ja, werden die schon dort ankommen, wo kaum noch Emission da ist oder sehr, sehr niedrig ist, ja, und damit kann man eben kaum, ne, äh, like mal, DApps oder so, ähm, bezuschussen, ja, und, ne, Leute anlocken mit Kapital, ja, das heißt, noch weniger Grund für Leute mit ihrem Kapitalerteil dort hinzuwandern. Wir haben natürlich aber auch jetzt die Neuen, ne, die zusätzlich dazu beitragen, warum das Instagram bearish ist, nämlich diese Aptos, Sui, Say und so weiter, ja, da sind ja einiges dabei, und die haben natürlich extrem viel Geld, ja, und die sind ja noch gar nicht mal losgetreten mit ihren kompletten, äh, Reward-Programmen und sonst was, ja, die sind ja noch auch am Bauen, und ich gehe davon aus, dass wenn wir in den Wohlmacht hineinlaufen, dass die bis dorthin spätestens, ja, schon einige richtige Debs am Laufen sind, wir haben 200 Pancake mittlerweile auf Aptos, ja, und, ähm, dass durch diese, ne, zusätzliche Emission von Token, die eben die alten L1 nochmal den Rang ablaufen könnten an der Stelle, ja, eben, dass, weil die eben viel mehr bezuschussen können, ja, und ganz klar, ja, wenn die Zahlen nach oben gehen, werden die Leute, sag ich mal, die Neuen, vor allem die dazu kommen, immer dorthin laufen, wo die höchsten Rendite, äh, gibt, ja, und da können halt die alten nicht mehr mithalten. Und, ähm, das heißt, insgesamt, die, was die L1 angeht, ja, ist ein harter Kampf zwischen all denen, und, ähm, ja, das ist jetzt nichts, wo ich, sag ich mal, jetzt im Bärenmarkt hineinvestieren würde. Das war's auch schon, ja, als, äh, kurzes Update oder Zusammenfassung meiner persönlichen Eindrücke, beziehungsweise Einschätzung, wie es, sag ich mal, in den nächsten zwölf Monaten gehen könnte, und dann denkt dran, am besten sich informieren, das ist der einzige Weg, der richtig ist, und mein Name ist G für euch, aus dem Krypto-Gave, ciao, ciao.